Hallo Ladies and Gentlemen, wir stehen hier in einer Community mit Eigentumswohnung in Florida. Eine Eigentumswohnung in Florida ist nicht nur ein Stück Freiheit, sondern auch ein gutes Investment. Florida ist für zukünftige Immobilienbesitzer besonders interessant, da hier die Immobilienpreise wieder deutlich steigen und somit Investitionen in Florida Immobilien interessant machen. Die hier gezeigten Eigentumswohnungen kosten ca. 50.000 US-Dollar und sind somit weit unter den Kosten einer Eigentumswohnung in Europa. Danke für das Anschauen dieses Films mit sonnigen Grüßen aus Florida, dem Venedig Amerikas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017